Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Und beim Datenschutz, da gilt es auch für den Arbeitgeber, für den Kita-Träger zu beachten, dass er nicht einfach so auf das E-Mail-Programm seiner Beschäftigten zugreifen darf, wenn diese entweder in Urlaub sind oder krankheitsbedingt ausfallen. Selbst wenn er meint, er müsse da unbedingt jetzt mal schauen, was an neuen Nachrichten eingetroffen ist. Denn er müsste zuvor, um das tatsächlich zu dürfen, die private Nutzung des PCs ausdrücklich ausgeschlossen haben. Ja, es ist etwas, was ein bisschen verwirrt, weil der Arbeitgeber natürlich zu Recht erst mal sich denkt, Moment mal, das ist mein Computer, den habe ich bezahlt, das ist meine Arbeitsleistung, die ich von den Angestellten abfordere, die habe ich dann auch irgendwie bezahlt und dann darf ich nicht mal auf meine E-Mails zugreifen, die mich womöglich über dieses E-Mail-Programm, über diesen PC, über dieses Notebook erreichen. Nun, grundsätzlich ist der Gedanke ja richtig, aber auf der anderen Seite steht eben das Interesse eines Beschäftigten, dem nicht ausdrücklich verboten worden ist, dort auch private Nachrichten zu empfangen, dass diese eben nicht an seinen Arbeitgeber gleich gelangen. Und nun könnte natürlich der Arbeitgeber sagen, die gucke ich mir doch gar nicht an, ich mache nur die E-Mails auf, die ja für mich schon vom Betreff her erkennbar als meine oder für den Träger wichtig gekennzeichnet sind. Naja, das Argument ist auch nur vordergründig zutreffend, denn man kann ja anhand des Absenders oder anhand des Betreffes ja auch schon eine ganze Menge an Informationen heraussaugen und somit gibt es da nur ein Entweder-Oder. Das bedeutet, ein Träger, der letztendlich nicht irgendwie hilflos dastehen will, beziehungsweise sich lieber datenschutzkonform verhalten mag, sollte seinen Beschäftigten die private Nutzung sämtlicher Gerätschaften, die zur Kommunikation auch nur irgendwie geeignet sind, einfach untersagen. Wir denken, dass das heutzutage eigentlich auch kein großes Problem sein sollte, denn jeder hat mehr oder weniger heutzutage schon ein schicke Smartphone, mit dem man auch ganz toll E-Mails empfangen und versenden kann. Somit muss es eigentlich nicht mehr der Computer sein, der letztendlich des Arbeitgebers, der das Ganze dann sozusagen auch privat erledigt. In dem Sinne, liebe Träger, macht die ausdrückliche Ansage, keine private Nutzung, keine private E-Mails über diesen Rechner, dann gäbe es, dann gibt es an dieser Stelle eben auch keine großen Irritationen, wenn man sich während der Krankheitszeit, während des Urlaubs ein bisschen über das informiert, was da an neuen Informationen oder Anfragen eintrudelt.